Was wäre eigentlich, wenn... Oh, hi! Ich darf euch heute ein Geheimnis verraten. Kommt mal näher ran. Ich bin jetzt Autorin bei One. Mein Jugendbuch erscheint im Frühjahr 2024. Meine Protagonistin stellt sich eine Frage, die bestimmt jeder von euch schon mal gedacht hat. Und dabei erlebt sie etwas ganz Magisches, das es so eigentlich gar nicht geben sollte. Okay, so viel darf ich noch gar nicht verraten. Aber es wird romantisch. Und zwar mehrfach. Und was ich euch auch schon sagen kann, es wird queer. Ich freue mich schon sehr auf mein Jugendbuch bei One und lasst in den Kommentaren gern mal ein paar Regenbogen da.